Kontakt, Wolfs, 12 Uhr, 3, 2, 1, Feuer! Sauber. Sichtkontakt zur Fahrgestellfabrik. Schneide mich durch den Zaun. Bin drin. Der Funker ist ausgeschaltet. Feuer auf mein Kommando. Mein Ziel erfassen. Wir haben besucht! Feuer! Rock'n'Roller. Das war knapp. Minigunner. Minigunner ausgeschaltet. Ach, Shit! Ich verschaffe mir mal einen Überblick. Feind ausgeschaltet. Schalte den Generator aus. Generator deaktiviert. Ich habe die Aufklärungsdaten. Ich habe die Aufklärungsdaten. Ich habe die Aufklärungsdaten. Schalbericht zur Behemoth. Schal-Thronenbericht. Liebes Team. Ich bin weiterhin wegen der Behemoth-Drohne besorgt. Ich bin von Anfang an in dieses Projekt involviert. Die militärischen Zusätze, die von Sentinel entworfen wurden, verringern die Qualität unseres Produkts. Zum Beispiel kann man die Drohne und ihre Waffen vorübergehend lahmlegen. Bitte gehen Sie diesem Problem nach. Schalber. Feuer. Feuer. Die beiden mit dir. Okay, Ossie, du könntest selber. Tausend Dank. Himmel! Minigunner ausgeschaltet. Drei, zwei, eins. Feuer. Gut gemacht. Zwei weitere Kontakte am Boden. Vorsicht, Kontakte auf 12 Uhr. Feuer auf mein Kommando. Bereit. Feuer. Solide Arbeit. Weiterer Kontakt auf dem Dach. Ich übernehme. Kontakt am Boden. Den Wunnen nicht. Erledigt. Schlafschütze. Erledigt. Keine Bewegung. Der schöne Laptop. Ärgerlich. Untersuche Aufklärungsdaten. Bericht zu fehlerhaften Drohnen. Vor kurzem sind Informationen zu einer unserer Behemoth-Drohnen bekannt geworden. Allgemein ist diese Art Drohnen darauf programmiert, Relaisantennen zu bewachen und zu beschützen. Ein Lagebericht deutet aber an, dass eine durch eine Fehlfunktion von ihrem üblichen Programm abweicht. Wir nehmen sie aus dem regulären Dienst. Sie wird für weitere Tests auf eine Insel von Driftwood Eilets verlegt. Drohnen Testgelände voraus. Vorsichtig jetzt. Hier wimmelt es nur so von Drohnen. Alles klar, hergehört. Wir kümmern uns zuerst um die Weichenziele. Anschließend kümmern wir uns um die Flugthronen. Dann um die Incubus-Bodenthronen. Und zum Schluss um die Behemoth. Dann ist es genauso. Sehr gut. Und Feuer. Sauber. Ihr habt ein paar vergessen. Feuer auf mein Kommando. Stil auf den Schützen. Drei, zwei, eins, Feuer. Da hat aber jemand seinen Gegner verfehlt. Okay, die restlichen übernehme ich. Erledigt. IMP-Granate ist raus. Rakete. Feuer. Inq-Bus Nummer 1 erledigt. Bleibt noch eine. Gut gemacht. Achtung, Einschlag. Einschlag. Sehr gut. Danke, Führung. Ja, bin blind. Bin blind. Bin blind. percussion. Bis dahin. Ich bin der Buss abgerüstet. Bude entdeckt. Oh, back, 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 back. Uiuiui. Uiuiui. Okay, das war knapp. Vielleicht kann ich die Behemoth mit der Aufklärungsdrohne ablenken. Hallo, hallo du. Siehst du mich? Ja, hier. Ja, schieß. Ich hoffe, die Ablenkung hat bewirkt. Halte durch. Okay, ich probiere. Und das war's. Und weg. Vielleicht kann ich die Behemoth so lange lahmlegen, um dich wiederzubeleben. Gut. Bin da. Bin bei dir. So, fertig. Uiui. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin ihrer Behemoth begegnet. Besser noch, ich habe ihre Schwager. Erzählen Sie. Das hört sich großartig an. Die Behemoth hat so einige Schwächen. Wenn man auf sie schießt, kann man die Drohne für einige Sekunden lahmlegen. Danach muss man die verdammten Dinger nur noch klein kriegen. Das deckt sich mit unseren Recherchen. Wir haben gerade entdeckt, dass die Behemoth eine versteckte Schwachstelle innerhalb ihres Geschützturms aufweist. Man muss nur genau den richtigen Punkt treffen und schon sind ihre Raketen für einen Moment außer Gefecht. Danke, diese Information hätte ich gern schon etwas früher gehabt, aber ich behalte sie im Kopf. Dank Ihnen haben wir alle Informationen, die wir brauchen, um die Schwachstellen der Behemoth zu nutzen. Wir wissen Ihre Hilfe sehr zu schätzen.